Mein Name ist Herr Köpke, ich bin von Japola, wir produzieren Podcasts, meine rechte Hand, die heute leider nicht dabei ist, ist Philipp Schunke und wir machen das privat seit 2017 ungefähr, Philipp tatsächlich schon noch ein bisschen länger und haben dann immer gesagt, okay, wir wollen das ein bisschen professionalisieren und ja, haben dann gemerkt, okay, irgendwie gibt es immer wieder Probleme, so alle wollen irgendwie Podcasts machen, klar, die Welle ist jetzt angekommen und will auch gar nicht mehr brechen, was gut ist, aber es gibt häufig so Berührungsängste, wo fange ich dann einfach an und deswegen will ich heute nochmal einen kleinen Impulsvortrag geben, was man sich eigentlich für Gedanken machen muss und nächste Woche gehe ich dann nochmal tiefer drauf ein. Und zwar möchte ich erstmal darauf eingehen, was eigentlich ein Podcast ist, weil ich glaube, da gibt es immer wieder Verständnisprobleme und ich glaube, es gibt auch gar keine richtige Definition, aber grundsätzlich ist es eben so, Podcast setzt sich, also es ist eigentlich eine Wortkreation, die so ein Stück weit auch von Apple mitgetriggert wurde und setzt sich halt aus iPod und dem Broadcasting zusammen und heißt jetzt nicht iBroad oder iCasting, sondern tatsächlich dann irgendwie Podcast. Podcast und das sind eigentlich erstmal so Audio- bzw. Radiosendungen, die Zeit zu bringen, konsumiert werden können, also sprich, ich kann mir aussuchen, wann ich die höre. Und das ist eben der große Unterschied zum Rundfunk und das macht dieses Audio-Format im Grunde genommen so einzigartig, weil ich mir quasi den Inhalt aussuchen kann, wann ich ihn hören möchte. Das kann ich beim Radio eben nicht machen und wenn ich nochmal ein bisschen länger Nachrichten hören möchte, dann funktioniert das eben auch nicht und das geht mit Podcast eben tatsächlich sehr gut. Ich muss natürlich vorweg schicken, ich hatte mich schon mal mit Simon unterhalten und es gibt einfach verschiedene Auffassungen darüber, was man unter Podcast eigentlich versteht und das hängt vermutlich damit zusammen, aus welcher Richtung man so kommt und aus welchem Blickwinkel man auf so ein Audio-Format eben guckt. Ein echter Podcast, und ich glaube, da sind wir uns einig, lebt halt durch einen Feed. So, und der macht das Ganze quasi erst abonnierbar. Man kennt das vielleicht von Spiegel Online beispielsweise oder anderen News-Seiten, da gab es früher heute auch noch, der ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, habe ich das Gefühl. Und das ist eigentlich die Grundlage für so einen Podcast, weil das macht sozusagen erst, dass ich mit meinem Telefon oder mit anderen Endgeräten darüber informiert werde, dass jetzt hier was kommt. Und das ist insofern für Podcaster eigentlich ganz gut, weil man den halt mit verschiedenen Informationen befüllen kann und diese Informationen werden dann an die Endnutzer, Endnutzerinnen quasi ausgespielt. Zum Beispiel können das Bilder sein, das können Grafiken sein, Links natürlich auch und Kapitelmarken, die tatsächlich noch relativ rar gesät sind. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch meinen Podcast mit Shownotes zu bestücken, also sprich mit weiterführenden Informationen, das können dann eben Links sein. Es gibt auch Podcasts, was eigentlich Videopodcats dann im Grunde genommen sind, wo man auch Videos mit ausspielen kann. Ich glaube, der Kanzler-Podcast oder Kanzlerin-Podcast damals war ein Videopodcast. Und jetzt muss man gucken, okay, dieser Feed, was ist das eigentlich? Und ich habe aus Erfahrung irgendwie, habe ich das jetzt mal mit aufgenommen, um mal zu sagen, okay, was ist das eigentlich, was verbirgt sich dahinter? Weil häufig wird es nicht verstanden, dass man sagt, okay, es ist irgendwie nur so eine kleine Datei. Und im Grunde genommen ist es das. Es ist eine Textdatei, wo verschiedene Daten drinstehen. Da steht drin, wie heißt der Podcast, wann ist der erschienen, wie lange ist der Podcast, was sind die Shownotes, welche Links sind da drin, welche Bilder und so weiter. Das steht da drin. Und dann gibt es halt Programme, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder von mir aus auch Spotify, you name it, diese Daten dann auslesen. Und das ist tatsächlich notwendig, um überhaupt sich listen zu lassen. Also ich brauche eigentlich ein ASS-Feed, um überhaupt bei Spotify gelistet werden zu können oder bei Apple Podcasts oder bei Deezer oder wie auch immer. Weil die keinen Bock haben, die MP3 zu hosten, sondern sie wollen eigentlich nur die Informationen haben. Die Datei liegt im Grunde genommen ganz woanders. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Datei irgendwo hinzulegen und diese, also die MP3-Datei, die Audio-Datei oder von mir aus auch eine HAC-Datei. Genau. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich habe eine eigene WordPress-Instanz, also ein eigenes Content-Management-System, eine eigene Homepage und auf diesen Server lege ich die Audio-Datei und daraus gibt es dann Plugins. Das heißt in diesem Fall Potlauf. Und das kreiert mir dann diesen ASS-Feed. Ich muss den ASS-Feed nie selber schreiben, diese Datei, sondern die wird immer mit den Daten selbst geschrieben, die ich dort hinterlege, in so eine Eingabemaske. Und bei WordPress habe ich halt den Vorteil, ich kann das sehr gut kontrollieren, weil es meine Daten sind. Ich kann aber auch andere Hoster nehmen und hier gibt es eine Flut an Hostern, beispielsweise Let's Cast, Podigy. Man kann aber auch Podcaster.de nehmen, nur jetzt um ein paar Deutsche zu nennen. Man kann auch nach Amerika gehen, aber dann hat man wieder Datenschutzaspekte zu berücksichtigen. Und dann hat man die Kontrolle darüber abgegeben, wo die Datei liegt. Das muss allen klar sein, gerade weil hier natürlich auch Firmen sind, die heute zuhören, die eventuell Interesse haben, interne oder auch externe Podcasts zu launchen. Und da ist tatsächlich sowas, wo lege ich meine Daten hin, durchaus ein Thema. Und da es nicht immer Lösungen gibt, wie man das intern regeln kann, kann es sein, dass man auf solche Hoster zurückgreifen muss. Deswegen habe ich das mit erwähnt. Und wir haben jetzt sozusagen, was leisten Podcasts eigentlich? Das ist nochmal wichtig. Und wir sind jetzt, kann man so sagen, in der dritten Welle, die 2016 begann und die jetzt quasi nicht abeppt. Und ich will nochmal sagen, Podcasts sind grundsätzlich so gestrickt, dass sie einfach eine andere Funktion haben, als das ein Blog, also ein geschriebener Blog hat oder eben auch der Rundfunk bieten kann, weil sie eben sehr viel persönlicher sind. Ich bin in dem Ohr der Person, ich setze mir Kopfhörer auf, ich möchte, dass diese Person, die mit mir spricht, sehr nah an mir dran ist. In der Regel, also in der Regel, ich höre zumindest Podcasts mit Kopfhörern. Es gibt Menschen, die machen das nicht. Also die legen ihr Handy irgendwo hin und hören halt laut. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich häufig persönlich angesprochen werde. Es ist ein sehr diskussionsfreundliches Medium und das führt auch zu einer bestimmten Kommentarkultur. Wenn man sich beispielsweise Podcasts wie Lage der Nation ansieht, die haben ein ganzes Forum etabliert, weil es dort sehr viele Möglichkeiten gibt, einfach auch Anteil an den Inhalten zu haben. Also ich kann kommentieren, wenn ich das möchte, ich kann meine Meinung dort schreiben, ich kann Dinge richtig stellen. Und das ist gewinnbringend für alle, weil nicht nur einerseits Informationen an mich gerichtet werden, sondern ich habe auch einen Rückkanal, der quasi funktioniert. Und das hat man beim Radio eben sehr viel begrenzter, weil es eben auch ein viel anonymeres Format ist. Mittlerweile gibt es total viele Labels. Es gibt viele Netzwerke, die aufgrund des Podcastings entstanden sind, wo verschiedene Schwerpunkte auch gesetzt werden. Also wenn ich mir zum Beispiel das Netzwerk Wissenschaftspodcast anschaue, dort sind Podcasts gelistet, die nur die Inhalte vermitteln, wo es um Wissenschaft geht. Das ist so ein relativ strenges Verfahren, was da angewendet wird, um da überhaupt gelistet werden zu können. Aber es gibt eben auch Labels wie beispielsweise 4000 Hertz oder ähnliche, die dann verschiedene Podcastprodukte haben. Und das Tolle, was ein Podcast eben leisten kann, dass er ins alltägliche Leben eingebaut werden kann. Das kann das Radio auch. Wir fahren morgens zur Arbeit, machen das Radio an. Aber ich bin halt darauf festgenagelt, was das Radio jetzt spielt, was der Sendeplan vorgibt. Und beim Podcasten kann ich mir das einfach selber zusammenstricken. Und ich kann das auch mit der richtigen Länge. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen acht Stunden Arbeitsweg. Also höre ich halt alles gesagt. Und auf dem Rückweg vielleicht noch eine Folge. Also es ist sehr viel individueller für das Leben. Und ich kann es beim Kochen hören, wenn ich das möchte. Ich kann es beim Saugen hören. Ich kann es immer machen. Ich muss auf kein Gerät gucken. Also ich brauche nichts, wo ich hingucken muss. Audio kann immer konsumiert werden. Ja, und was können Podcasts jetzt? Sie können ganze Communities aufbauen. Deswegen eignen sie sich tatsächlich auch für Nischen beispielsweise. Sie können Nischen sehr gut bedienen. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber eben auch für die interne Nutzung, um tatsächlich Leute mit einem bestimmten Thema auch anzusprechen. Sie können eine eigene Medienpräsenz schaffen. Also ein Podcast kann, wie das zum Beispiel Lager der Nation macht. Ich komme da nochmal drauf zurück. Sagen, okay, wir haben hier ein Format etabliert. Aber im Grunde genommen hat es sich ein Stück weit zur Marke etabliert. Und was dort passiert, hat eben auch Einfluss auf die politische Landschaft. Sie können andere Medien ergänzen. Also man kann es innerhalb von der Medienstrategie ergänzend hinzufügen, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie eine Zeitschrift und ich möchte zusätzlich Podcast machen. Diese Inhalte als Audio mit aufsetzen. Der Zeitverbrechen-Podcast hat das gemacht. Also kurze Geschichte. Die Zeit hat das Print-Magazin Verbrechen rausgebracht und es ist mega gefloppt. Und da haben sie gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann machen wir einen Podcast. Ja, und der ging durch wie geschnitten Brot bis zum heutigen Tag. Sie verkaufen das Magazin immer noch, aber es hat lange nicht diesen Erfolg, den der Podcast tatsächlich hat. Sie können Nischen bedienen. Und das ist das Tolle an Podcasts. Und man muss nicht mit dem Mainstream, sondern man kann jedes Thema tatsächlich bedienen, worauf man Bock hat. Weil es gibt ja nicht nur diese eine Person, die Interesse an diesem Thema hat, sondern es gibt weltweit ganz viele andere Menschen, die Interesse an diesem Thema haben. Und die finden sich dann sozusagen zusammen. Deswegen sage ich mal, man kann Communities aufbauen. Und umso nischiger, desto besser kann es manchmal sein. Und deswegen gibt es auch so eine Fülle an Podcasts. Also wir können Bosse beim Kochen zuhören. Wir können Nachrichten in aller Color hören. Und wenn mir die Stimme von dem nicht gefällt oder wie er auftritt, ja, dann nehme ich halt einen anderen Podcast. Oder es gibt Podcasts nur aus der Wissenschaft, nur für Politik. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich das zusammenzustricken. Und das ist einfach toll. Und sie können natürlich auch Informationsblasen natürlich, also durch das Bilden von Communities hat das natürlich dann auch den Effekt. Da muss man ein bisschen aufpassen, in welche Richtung das natürlich geht. Aber grundsätzlich ist es möglich zu sagen, okay, ich werde so ein Kosmos schaffen, um so eine Informationsblase auch bewusst einzusetzen. Dass wer sich hier hinein begibt, bekommt wirklich detaillierte Hintergrundinformationen und ist hinterher wirklich richtig gut ausgestattet mit Wissen. Und es ist ein Ort für Argumente und Meinungen. Durch diesen Rückkanal habe ich die Möglichkeit, auch mal andere Meinungen zuzulassen, beziehungsweise mich auch mal selber mal berichtigen zu lassen. Und dadurch, dass es mein Format ist, kann ich jetzt sagen, was ich will. Also ich mache das eben nicht für Antenne Niedersachsen oder so, wo ich irgendwie gesagt bekomme, was ich jetzt sagen muss, sondern ich kann es für mich selber entscheiden, ob ich Kritik übe, ob ich keine Kritik übe, ob ich bereit bin, mich auch ins Absatz zu stellen. Also das bedeutet, es gibt Raum für Individualität der jeweiligen Personen, die es machen. Ja, und die Frage der Länge, die kommt immer wieder, deswegen nur ganz kurz darauf eingehen. Also, es gibt die extrem kurzen, es gibt so ein Podcast, der heißt das tägliche Wort, braucht kein Mensch, gibt es trotzdem. Dann gibt es die kurzen, das ist zum Beispiel der, also ihr kennt euch wahrscheinlich alle sehr gut aus damit, aber ich habe hier nur mal den, auf den Punkt, so ein News-Podcast oder die Drinnis. Das sind so 15 Minuten bis 30, 40 Minuten. Dann gibt es die gründlichen, das ist ein Übergabe-Podcast oder die Lage der Nation, die gehen so anderthalb bis zwei Stunden und werden trotzdem gehört. Und dann gibt es die ausführlichen, methodisch inkorrekt beispielsweise oder auch Hotel Matze, weil das kennt wahrscheinlich jeder. Und wenn man sich das anguckt, methodisch inkorrekt als Beispiel, durchbrechen so ziemlich jede Regel, die man hört, wenn irgendwelche Podcast-Berater, Beraterinnen einem sagen, wie lang irgendwie der Podcast sein muss. Aber sie sind in den Charts oben, also irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Deswegen will ich nochmal auf diese Länge halt eingehen. Und dann gibt es halt die extrem lang wie alles gesagt. Und naja, wird halt auch gehört. Das heißt, die Frage der Länge ist vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern vielleicht, naja, was will ich denn sagen? Also vielleicht geht es um den Inhalt. So, das mal vorweg. Jetzt kommen wir zur Operationalisierung. Und hier hat Simon ja eben schon sehr gut vorgelegt. Und so detailliert habe ich das tatsächlich gar nicht. Simon, jetzt hast du mich ein bisschen nackig gemacht, aber ist ja auch heute nur eine Einführung. Zur Aufnahme. Man muss sich Gedanken machen, was für Mikrofone will ich eigentlich? Nächste Woche werde ich dann nochmal genauer drauf eingehen, was eignet sich überhaupt? Weil das ist nämlich abhängig davon, in welchem Raum ich eigentlich sitze. Und was für einen Effekt will ich vielleicht auch haben? Also es gibt, vielleicht möchte ich mit meinen Gästen draußen rumlaufen. Vielleicht möchte ich Atmo einfangen. In der Regel ist es so, dass man ins Studio geht, weil man keine Umgebungsgeräusche haben will. Es gibt Podcasts, da will man das. Und da steht man vor ganz anderen Herausforderungen. Dann ist die Frage, nehme ich einen Recorder? Simon hat vorhin das H6 beispielsweise gezeigt, was es möglich macht. Will ich ein Interface? Das hat er auch gezeigt. Das H6 wäre auch ein Interface. Ich habe jetzt leider keine Bilder dabei. Aber in den vorigen Slides von Simon sieht man die. Oder will ich sogar ein Mischpult? So, habe ich gar keine Lust zu reisen? Will ich, habe ich ein eigenes Studio? Will ich zwölf Leute irgendwie mikrofonieren? Das ist halt alles abhängig davon, wie das Format ist. Und was ihr wollt, ist Monitoring. Ihr wollt das, wirklich. Und deswegen Kopfhörer. Ihr wollt es deswegen, weil ihr euch erstens selber hört. und das hat einen Kontrolleffekt. Erstens seid ihr mit allen anderen in diesem Kosmos, ihr hört euch alle gegenseitig über die Kopfhörer. Ihr hört alle Störgeräusche, die irgendwie auftreten können. Ihr habt volle Kontrolle über die Aufnahme, über die Audioqualität. Und das wollt ihr. Wenn ihr hinterher euch normal unterhaltet, ohne Kopfhörer, dann sagt ihr, am liebsten würde ich sie wieder aufsetzen. Ihr wollt Monitoring. Ich kann, doch ihr wollt es. Ihr wollt es. Und der Aufnahmeort ist entscheidend. Also, wenn ihr in einem Studio seid, wo super Audioqualität ist, also, ich will, Audioqualität heißt auch, Höhen zulassen. Also, sich das irgendwie mit Schaumstoff zuknallen, dass überhaupt keine Höhen mehr durchkommen, wollt ihr eben auch nicht. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, einen Raum so auszustatten. Wenn ihr aber beispielsweise in einer Bibliothek sitzt, mit vielen Büchern, mit vielen Regalen, dann ist das schon mal ein sehr guter Anfang. Wenn ihr in einem sehr hohen Raum sitzt, in einem Altbau beispielsweise, mit glatten Boden und glatten Oberflächen und vielen Fenstern, dann ist das ein großes Problem. Und? Okay, dann, ja, okay, genau. Genau, dann ist die Frage der Software. Hier muss man sich fragen, was kann intern genutzt werden? Es gibt kostenlose Sachen, wie beispielsweise GarageBand, wir auf Apple unterwegs oder Adacity. Was ich aber tatsächlich empfehle, sind, oh, auf die Zahlungspflichtigen zu kommen, weil dort beispielsweise Ultraschall bei ist und das kann ich auf jeden Fall empfehlen oder von mir aus auch Adobe Audition. Audacity hat mittlerweile das Problem, dass da Daten gesammelt werden. Ist also alles nicht mehr so cool. Und dann geht es in die Post-Production und hier werden die Ressourcen so richtig gefressen. Hier muss man sich Gedanken darüber machen, welche Nebengeräusche will ich rausnehmen, was kann ich reduzieren. Hier wird man dann die AMs rausnehmen und lange Sprechpausen beispielsweise. Hier werde ich dafür Sorge tragen, dass alles das gleiche Level hat. Da gehe ich in der längeren Session nächste Woche auch nochmal drauf ein. Man möchte übersprechen verhindern und vielleicht räumliche Effekte, also sprich den Hall, auch entsprechend reduzieren. Das kann man hinterher alles machen. Dauert halt. Faustregel ist, eine Post-Production dauert vier bis sechs Mal länger als die eigentliche Aufnahme. Und man kann auch Beiträge bauen, so Features. Das dauert halt dann wahrscheinlich zehnmal so lange wie die eigentliche Aufnahme. Es sind auch verschiedene Aufnahmen und hier wird man dann noch Intro und Outro entsprechend hinzufügen. Man kann so Dinge wie Episoden-Cover, Kapitelmarken hinterher einfügen. Natürlich auch die Show Notes. Sorry, dass ich zu schnell bin. Und dann geht es in die Distribution. Hier müssen wir halt gucken, naja, wie kriege ich den denn jetzt in die Welt? Also, welche Möglichkeiten gibt es da? Ich hatte vorhin schon mal das Hosting erwähnt. Also, man kann es eben selber machen. Man kann aber auch andere Hosting-Dienste nutzen, die einem das alles so zur Verfügung stellen, dass das alles sehr gut funktioniert, dass man das überall direkt eintragen kann. Hier ist halt wichtig, was für einen Tarif man wählt. Erwartet man hohen Traffic? Muss man vielleicht schauen, ob der jeweilige Hoster das richtige Angebot für mich hat. Und man muss hier, wie gesagt, den Datenschutz, die Datenkontrolle so ein bisschen beachten. Genau. Ich glaube, nächste Woche gehe ich nochmal auf die verschiedenen Verzeichnisse und auf das Dilemma zwischen Verzeichnissen und Plattformen ein. Hier nur ganz kurz, dass es da Unterschiede gibt. Das muss man beachten, wenn man einen Podcast starten will. Und jetzt ist das Ende. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.